Yo, was geht ab meine lieben Freunde? Herzlich Willkommen auf die O-Double-G! Meine lieben Freunde, ich habe vor einigen Tagen darüber berichtet, dass Sayed wieder zurück ist. Sayed hat sich einige, einige, einige Monate auf jeden Fall Zeit gelassen, hat sich einige Monate komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er hat einen Trailer gepostet via Instagram, dass er gesagt hat, dass er auf jeden Fall dieses Jahr wieder zurück ist. Es gab einen wunderschönen Trailer, wo seine Box zu sehen war. Und zwar hat Sayed einen schönen Post auf Instagram veröffentlicht. Ich lese ihn mal euch kurz vor, meine lieben Freunde. Schicksalsschläge, Intrigen, Schattenseiten, doch auch Lichtblicke. Ihr sollt wissen, dass ich über die letzten Monate alle eure Mails gelesen habe und euch von Herzen für eure Loyalität danke. Ich habe mich bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um private sowie geschäftliche Dinge zu klären. Den größten Teil der Zeit habe ich jedoch dafür genutzt, um euch das zu geben, was ihr verdient. Antworten. Diese habe ich auf dem musikalischen Weg in Form eines neuen Albums kreiert. Es hat mit Engel mit der AK begonnen und die Vergangenheit wird mit Engel mit der AK 2 ein Ende finden. Doch mit dem Ende folgt ein neuer Fang. Nach langer Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, meinen zukünftigen Weg mit Universal Music zu gehen. Ab sofort ist mein Album Engel mit der AK 2 vorbestellbar auf Amazon und Mediamarkt und bla bla bla. Ich weiß jetzt nicht, wo man es bestellen kann. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, wo es sowas gibt. Meine lieben Freunde, lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen. In diesem Album stecken Blut, Schweiß und Tränen und den ersten Vorgeschmack bekommt ihr am Donnerstag um 23.59 Uhr auf meinem neuen YouTube-Kanal in Form eines Intros. 84 Bars. Bleibt gesund. La Familia. Ja, meine lieben Freunde, das ist auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Es geht auf jeden Fall los. Es könnte auf jeden Fall jetzt eine Promophase schon sein, könnte man so sagen. Es wird auf jeden Fall einen eigenen Kanal von Sayed geben. Das gab es bei Alpha Music, Kollegah, damals nicht. Also Sayed hatte zwar einige Videos mit Kollegah damals gedreht, Urlaubsblogs und auch Tourblogs und so weiter. Und auch hin und wieder mal ein paar Comedy-Geschichten, aber Sayed hat damals nie einen eigenen Kanal bekommen. Das hat sich wahrscheinlich in den letzten Jahren sehr geändert, so wie bei Capital Bra, beispielsweise Samra hat jetzt auch seinen eigenen Kanal. Und das mit diesen eigenen Kanälen, das ist mittlerweile schon, also es wird von den ganzen Labels und ganzen Vertrieben mittlerweile wahrscheinlich schon akzeptiert, dass jeder seinen eigenen Kanal bekommt von den Rappern, ja. Finde ich ziemlich gut, so kann jeder Rapper für sich sehen, wie weit er auf YouTube kommt. Auch wenn es am Ende mit dem Ex-Label nicht schafft, hat er wenigstens noch seinen YouTube-Kanal, wo er seine Reichweite noch hat. Also das finde ich auf jeden Fall ziemlich klasse, dass er jetzt seinen eigenen Kanal durchzieht. Ich habe mich selber gefragt, warum er damals seinen eigenen Kanal nicht, äh, äh, dass er sich seinen eigenen Kanal nicht selber aufbaut. Habe ich mich echt gefragt, meine Lieben, Freunde, ja. Sayed antwortet auf jeden Fall keine Sorge, Freunde. Der Preis der Box wird sich schon auf 40 Euro regulieren. Abonniert schon mal meinen YouTube-Kanal, damit ihr nichts verpasst. Paragraph 84 ist das Intro meines Albums. Real Talk Pur, wieso die Situation nun ist, wie sie ist. Ich werde euch auf einem anderen Song mitteilen. Ich freue mich richtig auf euer Feedback. Ja, meine Lieben, Freunde, das wird auf jeden Fall ein krasses Album, definitiv. Ich bin auf jeden Fall ein sehr großer Sayed-Fan. Ich habe damals auf dem, äh, Konzert von Kollegah, wo ich mal vor vielen Jahren mal war, zu Welt der Teil 4 war das, glaube ich, ähm, da habe ich den Sayed kennengelernt. Es ist ein wirklich sehr cooler Typ, sehr cooler, bodenständiger Rapper. Also, naja, der war ja auch damals noch ziemlich frisch dabei und hatte kaum Reicht, weil es kann sein, dass er deswegen so nett war. Auf jeden Fall ein sehr super nicer Typ, finde ich cool. Ja, meine Lieben, Freunde, das war's mit unserer Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr diese, äh, Folge euch reingezogen habt. Und abonniert natürlich meinen Kanal, wenn euch diese Stimme gefällt, meine Lieben, Freunde. Lasst mir ein Like da und Peace!